Alle Matches sind eingeloggt. Wie viele Lichter gehen heute an? Geht überhaupt ein Licht an? Gehen alle an? Da geht der Pascal leer aus. Ein Licht haben wir schon mal. Geht noch ein zweites an? Freut euch nicht so viel mehr. Oder bleibt es bei einem Licht? Ich denke, drei Lichter werden angehen. Geht noch ein weiteres Licht an? Komm schon, bitte, bitte. Oder bleibt es bei einem Licht in der ersten Matching-Night? Ja! Zwei. Vor allem nicht schlecht für die erste Matching-Night. Ich bin voll stolz auf euch. Ja, ich auch nicht. Bleibt es bei zwei Lichtern in der ersten Matching-Night? Oder geht vielleicht noch andere an? Ich sag, allerhöchstens noch eins mehr nicht. Boah, das wäre krass. Das wäre zu krank. Geht noch ein drittes Licht an? Ich bin gespannt, ey. Das wäre zu krank. Ich bin nicht gespannt. Jetzt sitzt noch ein weiteres Perfect-Match zusammen. Ja! Das ist richtig! Gar nicht schlecht! Das ist richtig! Das ist richtig und richtig! Ja! Alle lachen außer Pascal! Will ich nicht aber lachen? Gas! Da geht noch eins an! Geht noch ein weiteres Licht an? Oder bleibt es bei drei Lichtern heute? Ich finde es so mega spannend und hoffe auf das Beste für uns alle! Nehm! Aber komm! Guter Start! Freie Lichter war ein guter Start, oder? Cuz werde ich los� шие, die Sp coystern Rom visa tagged nur ein guter Start, oder? Ich kannonna Zeit. Bis zum nächsten Mal, Trefe! Alles Zeitung! Das ist doch soレ고요! cómo lähen? Wenn du da, wenn du das hoch gering kleinen Auf und zum nächsten Mal, alles failure Ihre Schwiegen auf undTalk internally aus! Bis zum nächsten Mal.